Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zur Shopping-Tour für Borussia Dortmund. Denn in der Bundesliga ist Winterpause, die erste Saisonphase ist damit vorbei und im Januar sind natürlich auch wieder Kader-Korrekturen möglich. Und wir schauen darauf, welche Spieler beim BVB man möglicherweise verkaufen wird, wer zieht Interessenten auf sich. Was muss dann hinzugeholt werden, welche neuen Spieler sind realistisch und wie sähe dann die Startelf für die Rückrunde aus? Also, lasst uns auf Shopping-Tour gehen für Borussia Dortmund. Starten wir mit dem Blick auf mögliche Abgänge und da mit Thomas Meunier. Denn es gibt mal wieder Interesse aus dem europäischen Ausland, vor allem vom FC Barcelona. Die Katalanen sollen nach gescheiterten Versuchen vor einem Jahr und im vergangenen Sommer erneut am belgischen WM-Teilnehmer dran sein. Mehrere Medien berichten ja bereits darüber, denn Barca ist auf der Suche nach einem defensiv starken RV. Und genau in dieses Anforderungsprofil passt der 31-Jährige, der bei Dortmund auch weiterhin nicht nachhaltig überzeugen kann. Vor der Saison lag ja die Ablöseforderung des BVBs bei ca. 15 Millionen Euro. Sollte es im Winter zu einem Transfer kommen, rechne ich damit, dass es auf jeden Fall weniger Geld geben wird. Ungefähr auf Höhe des Marktwerts vielleicht ein Ticken darüber. Da man aber ohnehin nicht wirklich zufrieden ist oder zumindest nicht top zufrieden ist mit Thomas Meunier und mittelfristig ja wohl eh auf dieser Position nachgebessert werden soll, ist das auch für Dortmund eine gute Geschichte, wenn es hier zu einem Transfer kommen wird. Eine gute Geschichte hat man ja bislang nicht mit Nico Schulz erlebt. 2019 wechselte der ehemalige Nationalspieler für satte 25 Millionen von der TSG-Hofenheim in den Ruhrpott, unterschrieb einen gut dotierten Vertrag bis 2024 und konnte nie überzeugen. Unter Edin Terzitz spielt der 29-Jährige keine Rolle mehr im Profi-Team, man strebt logischerweise eine Trennung an. Und auch wenn es rund um den Spieler, rein sportlich, sehr, sehr ruhig geworden ist, gibt es wohl mal wieder Interesse aus Italien. Lazio-Rom wurde ja schon mal als Interessent genannt, die Italiener sollen wohl ernsthaftes Interesse haben. Lazio würde Schulz gerne bis Saisonende ohne Leihgebühr ausleihen, zumindest aber die Hälfte des Gehalts übernehmen. Bedeutet, bei ca. 6 Millionen Euro Jahresgehalt kann Dortmund immerhin 1,5 Millionen Euro einsparen. Für den gebürtigen Berliner kann das logischerweise ein dringender Neuanfang sein, für den BVB die Chance, Schulz in Schaufenster für einen endgültigen Transfer zu stellen. Das kann für alle Seiten Sinn ergeben. Wir sehen schon, auf den Positionen der Außenverteidiger kann etwas passieren. Spätestens im Sommer rechne ich hier mit Änderungen. Sollte Thomas Meunier tatsächlich jetzt schon gehen, sollte man meiner Meinung nach auch hier bereits im Winter einen Neuzugang verpflichten. Super passen kann da Malo Gusto. Zwar hat zuletzt Niklas Süle häufiger rechts gespielt, der sich aber halt zentral deutlich wohler fühlt. Und mit Wolf, Morey und Paslak hat man theoretisch auch weitere Alternativen. Aber ich finde, es wird Zeit für einen Stammrechtserteidiger auch für die nächsten Jahre. Meiner Meinung nach würde Dortmund einen Spielertyp guttun, der grundsätzlich eher offensiv ausgerichtet ist, aber eben auch Defensivqualitäten mitbringt. Und genau deswegen macht Malo Gusto Sinn, auch wenn die ganze Sache durchaus teuer werden kann. Bei Olympique Lyon ist der 19-Jährige gesetzt und hat einen Marktwert von 15 Millionen Euro. Die Tendenz ist klar steigend. Deswegen muss man sich hier auch beeilen. Denn günstiger wird der Junge auf jeden Fall nicht. Aber auch deshalb, glaube ich, wird es im Sommer erst recht schwer für Sebastian Kehle zuzuschlagen. Im Winter würde ich für Gusto an meine finanzielle Schmerzgrenze gehen. Der französische U21-Nationalspieler ist extrem schnell, läuft die Seite hoch und runter, sehr, sehr fleißig auch im Gegenpressing, zeigt sich aggressiv, aber auch fair im Zweikampfverhalten und ist auch technisch echt gut ausgebildet. Zudem kann Gusto starke Flanken bringen, ein Element, was in den letzten Jahren etwas verloren gegangen ist im Signal Iduna Park. Verkauft man Meunier und hat bei Gusto tatsächlich eine Chance, dann muss man diese nutzen. Man verstärkt sich schon jetzt und hat on top noch deutlich mehr Potenzial auf dieser Position. Aber nicht nur auf der rechten Seite kann es einen Neuzugang geben. Auch auf der Position des Linkserradigers fällt ja immer wieder der Name von Rami Benzebaini. In der vergangenen Saison, vor allem durch externer Marco Rose, scheint aber der Algerier auch weiterhin ein sehr ernstnehmender Kandidat für diese Position zu sein. Denn während man sich rechts hinten mehr Offensivpower wünscht, ist es ja auf links komplett andersrum. Rafael Guerreiro fehlen die defensiven Qualitäten, zudem endet sein Vertrag im Sommer. Genauso wie der von Benzebaini. Der Gladbacher ist mit 27 Jahren im besten Fußballeralter, kann dir direkt weiterhelfen und kennt die Bundesliga. So einen musst du natürlich auch auf dem Zettel haben. Und um der Konkurrenz zuvor zu kommen und bereits in der Rückrunde besser aufgestellt zu sein, ist es auch gut möglich, dass man schon jetzt im Winter zuschlagen wird. Benzebaini sei wohl für circa 5 Millionen Euro zu haben, eine überschaubare Summe für so eine Linkserteidiger. Zwar zeigt der Algerier mal Leistungen zwischen Genie und Wahnsinn, aber ich glaube schon, dass er so ein Spielertyp ist, der Dortmund grundsätzlich gut zu Gesicht stehen würde. Und für diese Ablöse kann man das im Winter oder eben ablösefrei im Sommer sicherlich angehen. Während der BVB dann auf jeden Fall in der Defensive deutlich stärker aufgestellt wäre und das zentrale Mittelfeld ohnehin gut besetzt ist, fehlt mir in der Offensive Qualität und Variabilität. Genau deswegen finde ich die Idee einer Rückkehr von Jadon Sancho durchaus interessant, zumindest bei einer kostengünstigen Laie. Denn meiner Meinung nach fehlt Dortmunds Offensive nicht erst seit dem Abschied von Sancho und weiterer Tempodribbler, der sich 1 gegen 1 zutraut und technisch auch richtig gut ausgebildet ist. Marlen und Adeyemi haben sich bei ihren vorherigen Stationen deutlich wohler als zweite Spitze gefühlt und sind deswegen nicht diese ganz klassischen Flügelspieler. Ebenso wie Reina, der eher durchs Zentrum kommt und, ja gut, Hazard, der vielleicht am ehesten der typische Flügelspieler ist, aber natürlich auch viel zu wenig davon zeigt. Und um die Zeit bis zum Sommer zu überbrücken, sprich Adeyemi oder auch Baino Gittens reifen zu lassen und vielleicht dann aber auch nochmal erst recht was auf dieser Position zu machen, fände ich eine Laie von Sancho optimal. Bei Manchester United ist Sancho auch im zweiten Jahr nicht angekommen. Trainer Eric ten Haag hat ihn nun nichtmals mit ins Trainingslager genommen. Er soll individuell trainieren, um dann auch wieder komplett fit zu sein und auch wenn man diese ganze Geschichte schön verkaufen will, ist das einfach ein klares Signal. Deswegen kann eine Rückkehr in die Bundesliga für den 22-Jährigen und auch Man United eine gute Sache sein, um dann im Sommer die Situation nochmal neu zu bewerten. Im besten Falle dann mit einem wieder erstarkten Jadon Sancho. Und was jetzt nochmal ganz interessant ist, ist der Blick auf die mögliche Aufstellung in der Rückrunde. Im Tor mit Kobel als 1, Maier als 2 und Lotka dahinter wird sich logischerweise nichts verändern. Aber in der Abwehr sehen wir die Änderungen. In der Zentrale wurde das schon im Sommer mit Schlotterbeck und Süle nachgelegt, die sehr sehr viel spielen, genauso wie Mats Hummels. Sprich zwei von den dreien werden halt dann am Ende spielen, sind ungefähr auf einem Level. Wobei ich finde, dass Hummels noch die beste Figur gemacht hat mit Papadopoulos. Haben wir natürlich dann hier noch eine weitere Alternative. Auf der rechten Seite wäre dann eben Gusto die Nummer 1, wenn man so will, auf dieser Position. Statt Thomas Meunier, der dann hier also weg wäre. Marius Wolf möglicherweise der erste Backup. Morey ist halt verletzt, wäre natürlich auch eine sehr sehr interessante Option. Felix Passlack darf er den Verein wohl auch verlassen. Den haben wir jetzt hier erstmal außen vor gelassen, weil ich kann mir auch dort ganz gut vorstellen, dass hier im Sommer erst ein neuer Verein gefunden wird. Auf der linken Seite hätten wir eben dann Benze, Baini und Guerreiro. Vielleicht wird Guerreiro auch im Winter schon gehen, um dort noch ein bisschen Geld mitzunehmen. Glaube ich persönlich aber nicht dran. Ich glaube der Portugiese, wenn er geht, will er ablösefrei gehen, um auch ein bisschen Handgeld mitzunehmen. Das heißt, in der Rückrunde hat man hier zwei sehr sehr starke Alternativen, nämlich eine Defensivstarke mit Benze, Baini und eine Offensivstarke mit Guerreiro, der dann auch wiederum häufiger mal im Mittelfeld spielen könnte. Tom Rote als Talent ist hier noch eine weitere Option. Nico Schulz wäre ja dann auf jeden Fall weg. Doppel 6 ist natürlich Jude Bellingham gesetzt. Daneben Stadi Ötjan oder Mo Dahoud. Und Emre Can, auch natürlich ein Kandidaten, über den man im Abgang sprechen sollte. Sehe ich aber auch nicht im Winter. Daran glaube ich, wenn dann eher im Sommer. Und dann aber die offensive Dreierreihe, wo Jadon Sancho neu hinzukommen würde. Damit Daniel Mahlen wahrscheinlich auf die Bank verdrängt. Marco Reus, wenn fit, natürlich gesetzt. Karim Adeyemi braucht ein bisschen Zeit. Die sollte man ihm auf jeden Fall auch geben. Der wird noch kommen, aber wie vorhin schon angerissen, er ist nicht dieser typische Flügelspieler. Braucht glaube ich auch deswegen einen Ticken länger als vielleicht andere. Aber natürlich ganz klar hier eingeplant. Julian Brandt und Gio Reyna wären dann für alle drei Positionen die erste Alternative. Daniel Mahlen natürlich auch noch, der wiederum auch im Sturmzentrum spielen könnte. Baino Gittins und Hazard haben wir hier natürlich dann auch noch. In der Sturmspitze und auch dort gibt es ja immer wieder Gerüchte darüber, ob denn Dortmund dort nachlegen müsste. Sehe ich nicht zwingend den Bedarf. Weil es zum einen Yusufa Moukouko richtig gut macht, finde ich. Ich finde ihn super stark. Den sollte man diese Spielpraxis auch in der Rückrunde weiter entgeben. Solange vor allen Dingen auch Sebastian Allaire noch ausfällt. Anthony Modest funktioniert nicht. Du hast ihn teuer bezahlt. Sprich, jetzt dort noch einen dritten Stürmer hinzuzuholen, der spielen kann. Dann sehe ich nicht den Sinn hinterher, weil du ihm auch mit Daniel Mahlen noch jemanden hast, der hier in der Spitze zudem noch agieren könnte. Und ich finde, wenn man sich da mal diese Startformation rein nominell ansieht, haben wir den Kader nochmal deutlich verstärkt. Und damit kann man auf jeden Fall wieder zum Bayernjäger aufsteigen, um zumindest mal, und das ist ja das klare Ziel, die Champions League Qualifikation zu schaffen. Kommen wir zum Fazit unserer Shopping-Tour für Dortmund. Große Änderungen wird es bei Borussia Dortmund nicht geben. Zumindest, wenn man sich die vergangenen Wintertransferperioden anschaut. Aber dieses Jahr ist das Transferfenster auch durch die WM einfach ein bisschen anders. Der Markt wird sich wohl mehr bewegen. Deswegen kann ich mir vor allem auch einen Abgang von Thomas Meunier sehr gut vorstellen. Bei Schulz wäre zumindest mal eine Ausleihe ein guter Anfang, um sich dann mal irgendwann endgültig trennen zu können. Auf der Zugangsseite wird vielleicht dann nicht so viel passieren, weil man natürlich auch vor allem darauf hofft, weniger Verletzte zu haben. Gusto, Benzebaini und Sancho sollte man aber trotzdem genau beobachten und im Fall der Fälle auch zuschlagen. Und jetzt seid zu guter Letzt auch ihr gefragt. Welche Transfers würdet ihr, wenn ihr Sebastian Kehl werdet, tätigen bei Dortmund? Wo muss nachgelegt werden? Welche Spieler gibt es vielleicht noch, die interessant sind für den BVB? Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Ebenso auch weitere Vereine für entweder Shopping-Tour oder fünf Transfers. Unsere zwei Formate in diesem Wintertransferfenster. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao. Und bleibt am Ball. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.